Hoffentlich klappt es jetzt besser. Okay, was haben wir hier? Ich weiß nicht, ob das so flimmern sollte. Ein Plan von einem Bahngreis? Ich weiß nicht genau. Scheidungsfolgenvereinbarung. Oh, alles klar, wir haben uns scheiden lassen. Das hat, glaube ich, auch was mit den Scheidungspapieren zu tun. Hier steht halt, ja, minor children. Also, es gibt keine minderjährigen Kinder. Ja, nicht mehr, ne? Ja, da war ein großer Mangel an Sensibilität, würde ich meinen. Und bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um Sie nach Kräften zu unterstützen. Ich überlege gerade. Warum sollte ich mir jetzt hier orange mitnehmen? Bringt ja nichts. Dann falle ich ja runter. So bringt das ja gar nichts. Vielleicht erst mal drehen und gucken, was das bringt. Uh-huh. Hm. Hm. Darf ich hier runter? Nein, darf ich nicht runter. Okay. Aber hier stürze ich doch auch einfach nur den Tod, oder? Achso, ja, aber ich... Ja, klar, ich kann es natürlich mitnehmen. Oh. Hallo? Wieso? Ist gerade irgendwas kaputt? Ja, das war gerade komisch. Okay. So. Und damit ich nicht runterfalle, möchte ich das erstmal drehen. Okay. Scheiße. Ich brauche weiß. Und weiß habe ich da hinten gelassen, ne? Muss sein. Ja, okay. Bringt so nichts. Moment. Oh. Aber ich kriege hier gar kein Weiß, weil das wird ja immer... Außer... Moment. Ja, wenn ich blau hierhin stecke. Ciao. Oh Gott. Entschuldigung. Das war ja perfekt. Achso. Ne, das geht ja auch nicht. Ja, vielleicht keine gute Idee mehr, heute noch zu spielen. Das ist ja auch dumm. Tschüss. Jetzt habe ich weiß. So. Okay. 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 Das müsste doch jetzt funktionieren. Das müsste doch jetzt funktionieren. Jawohl. Okay. Da ist der Ausgang. Ich brauche... Orange, grün. Blau, grün, orange. Ich brauche ein paar Farben. Alles klar. Da ist eine Küche auf dem Kopf. Grün und blau sind hier. Da brauche ich orange. Kann ich so jetzt nicht lesen. Ja, bringt das schon mal was mitzunehmen. Das war grün. Zweimal grün. Einmal blau. Und dann noch irgendwo orange hier im Moment. Ja, ist ja egal. Wir haben ja unendlich grün hier. Dann können wir auch eigentlich schon mal... ...ein bisschen was einfärben. Da muss grün hin. Und da. Blau brauchen wir einmal. Hier. So. Äh, Moment. Gehen wir mal runter. Ja. Wenn ich jetzt orange nehme. Da hoch komme ich ja so nicht, ne? Zurück komme ich ohnehin nicht. Ja. Dann falle ich einmal nur runter, ne? Okay, okay. Kriegen wir jetzt schon wieder Probleme? Das kann doch nicht sein. Vielleicht bin ich jetzt an dem Punkt, einfach wo ich zu blöd für die Rätsel bin. Vielleicht ist das so mit steigendem... Also es wird immer, immer schwieriger. Und jetzt reicht mein IQ nicht mehr aus, um die Rätsel zu bewältigen. Vielleicht ist das ja so. Oh Gott. Aber... Aber... Aber, 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 aber... Aber... Ach, Moment. So. Aha. Ja, so geht doch. So geht. Bin ich doch nicht zu doof. Ha. Okay, cool. Jetzt fehlt mir aber nochmal orange, ne? Komm ich da... Komm... Äh, Moment. 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 Komm ich jetzt nochmal an orange dran. Wie genau? Ich brauch's zweimal. Wie genau klappt das jetzt? Vielleicht hab ich irgendwas vergessen hier. Kann ja auch mal hier lang gehen. Das ist wunderschön. Ja, Moment. Ich kann's doch einmal... ...hier reinpacken, richtig? Und dann kann ich einfach rüberlatschen. Tun wir hier noch was orange. Genau. Ja. Ähm. Okay, ich muss aber jetzt nochmal irgendwas überlegen. Wie, 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 wie. Krieg ich denn jetzt beide hier durch? Moment, okay. Vielleicht erst mal... Erst mal so? Ja, ich laufe einfach hier im Kreis. So oder so geht's. Perfekt. Das sieht gut aus. Jawohl. Gott sei Dank. Noch eins. Dann haben wir diese Phase auch durch. Das ist hoffentlich nicht zu schwer. Ähm. Da möchte ich durch. Das ist ja schon mal gut. Was habe ich gerade gesagt? Ist ja hoffentlich nicht allzu schwer. Das sieht jetzt schon einfach mega kompliziert aus. Kann ich da stehen? Ja. Mhm. Das ist hübsch, ja. Oh, so schön. Ähm... Vielleicht packen wir uns mal was Grünes hier hin. Oh ja, ist scheiße, wenn ich kein Weiß habe, ne? Ich glaube, das war jetzt schon direkt dumm. Das war schon dumm, ja. In der Tat, das war dumm. Ich glaube, ja. Okay, das ist der gleiche Weg wie eben. Muss ich da hin und vielleicht Ich weiß nicht genau Was bringt das, wenn ich das drehe? Da war grün und orange Was könnte ich denn machen? Erstmal könnte ich weiß Aufs blau packen, aber ich brauche blau am Ende Ich probiere das gerade noch einmal Oh, weiß mal nicht hier drauf Sondern da hin Eins müsste eigentlich grün sein Ich glaube, das ist falsch Das macht doch keinen Sinn Einfach gar kein Blau mehr zu haben Ich glaube, das ist falsch Ich spiele das jetzt nur mal gerade durch Ich denke, das ist komplett verkehrt Ja, ich bin einmal rumgelaufen Und jetzt komme ich wieder zurück mit grün Das ist ja fantastisch Vielleicht möchte ich ja da hin Au Ich glaube nicht Irgendwie glaube ich nicht, dass das Sinn macht hier Was gibt es denn hier sonst noch? Aha Hier könnte ich rein mit grün und mich drehen Und hier ist blau Da ist orange Also Leute Aber hier endet es dann auch Da komme ich dann nirgendwo dran Kann ich mich jetzt zurückdrehen Gut Ja, also ich glaube eigentlich, dass es eh schon verkackt ist Wegen Wegen dem Blau Weiß nicht, ob das der Sinn war, grün zu bekommen Ich weiß nicht, wofür das rein Kein Plan Ach, das ist der Okay Weiß nicht, warum Okay Einfach mal gucken, was passiert Wo kann Nein, macht so überhaupt keinen Sinn Das will ich dann später gedreht haben Ich will das nachher gedreht haben Wenn ich Orange habe Wenn ich dann da rüberkomme Und ich sonst wohin falle Also orange wäre gut Grün Brauche ich, um hier durchzukommen Hier würde ich mir orange da hinpacken Nachher Vielleicht hätte ich einfach zurückgehen sollen Und nicht dadurch Ich habe keinen Blauen mehr Ich habe keinen Blauen mehr Vielleicht sollte ich direkt neu starten Die Rätsel machen mich fertig, echt Das funktioniert ja auch nicht Ich kann ja auch nicht hier mit der Farbe zurückgehen Hä? Also funktioniert es halt nicht Grün Rausch Das lässt mich jetzt schon wieder verzweifeln Bringt das was, wenn ich auf dem Kopf bin Und dann hier durchgehe? Nee, ne? Gibt auch nichts Ah Ah nee, doch Da konnte ich auch nicht hin, oder? Scheiße Keine Absicht eigentlich, aber Dann überlegen wir nochmal Wenn ich mich drehe Komme ich denn da hin? Um Um Das war's Ich weiß nicht, always Ich treffe es nicht, ich weiß Ich weiß, es war es nicht Fast so komme ich nicht weiter Das ist aber auch zum Wahnsinnig werden hier Ich will doch nicht blau kaputt machen Komplett Das ist doch scheiße Das ist doch scheiße Ich habe sonst gar keine Möglichkeit Ja klar Doch Doch so Ich kriege ja orange daher oder? Ach ja aber dann muss ich ja wieder Gott Ich brauche ja sowohl weiß als auch grün hier Sonst funktioniert das nicht Sonst komme ich da einfach nicht raus Und dann ist blau weg Das macht mich sehr traurig Der Sinn davon ist einfach nur grün Hier mit raus zu kriegen Okay Nicht wieder runterfallen bitte Kann ich da hinspringen Da will ich nicht hinspringen Weil dann falle ich runter Da kann grün hin Aber ich habe halt überhaupt noch keine Ahnung Wo das ist Da würde ich ja auch gerne hinkommen Irgendwie Vielleicht komme ich da hin Wenn ich mich drehe Und damit weiß rüberschieße Kann das sein Das habe ich noch gar nicht probiert Oder? Das habe ich wirklich noch gar nicht probiert Was passiert da? Wow Ähm Okay Hm Gut war jetzt vielleicht Doch nicht so der Okay Ich bin hier Ich bin schon mal hier Das hat irgendwie geklappt Aber ich weiß nicht Ob das So hätte klappen sollen Ah Und dann Ich brauche grün da Vielleicht ist das ja doch Der richtige Weg Um da lang zu gehen Das wäre ja verrückt Moment Ich muss da doch wieder zurückkommen Das sollte gehen Ja Äh Ups Einmal kurz tauschen Bitte Erstmal grün Dahin packen Jetzt mache ich das gleiche nochmal Gucken wie weit wir dann kommen Äh Oh Gott Wo ist äh Where is my mind Da So Doch doch Komm Das ist schon richtig Das Ist bestimmt komplett richtig So Lass mich da hoch Ich habe es eben auch geschafft Ja So Da ist nämlich orange Aha Nochmal weiß Jetzt wieder grün Sehr interessant Sehr interessant Sehr interessant Wirklich Ich glaube Ich möchte beide Farben behalten So Ich glaube das macht Sinn Jetzt gehen wir einfach wieder zurück Wie war das jetzt noch Wie war das jetzt noch Ich hoffe ich kriege noch irgendwo anders blaue her So Vorsichtig einmal Einmal Das grün Zurück Ja Gut Ja 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 So Jetzt orange Jetzt wird's lustig Wir waren wir nämlich noch nicht So Aha Das bringt mir ja jetzt nichts Wenn ich mich da hinziehe Ne Eigentlich Weil Da falle ich einfach nur wieder runter Huch Oh Gott Das war nicht geplant Mit dem Abrutschen Da ist blau Cool Da ist blau Ähm Aber ich bin ja jetzt Komplett Verkehrt rum Ne Entschuldigung Ist hier nix Ist hier nix Um mich zu drehen Das ist doch scheiße Hä Ich hab Angst Dass ich jetzt nicht mehr zurückkomme Hier ist blau Sonst kommen wir da auch nicht so Zumindest nicht durch Oh ich hab nichts um mich zu drehen Ach du scheiße Das sagt mir Dass ich irgendwie wieder zurückkomme jetzt Ja Ich komm zurück Ich brauch nur blau Und dann Äh Komm schon Das geht Ich muss einfach nur den richtigen Winkel erwischen Ja Och geil Dann haben wir's oder? Ja Wie cool Mich erleichtert Und dann Das ist важно Oblak Wie cool Wie cool Bad Beg Wil .